Jetzt steh ich wieder alleine da, ey. Aber der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist so scheiße. Ich hab mich geholen! Hallo und herzlich willkommen zu DULI TV spielt Slaps and Beans mit mir, dem einzigartigen, unvergesslichen, Claudios, The Captain, und Head of DULI TV. Ich weiß auch nicht, ganz viele Sachen. Und Toren. Und Bier. Und Bier. Und Bohnen. Das ist nicht die gleiche Packung wie letztes Mal. Das ist nicht das gleiche Bier wie letztes Mal. Nicht der gleiche Pulli und nicht der gleiche Pulli. Doch, doch. Wir haben ja gerade Dings gespielt. Ihr seht es jetzt ein bisschen später. Wir haben es direkt hintereinander gespielt. Und jetzt geht es auch schon direkt weiter mit dem Strand. Das könnte sein zwei Aster-Trumpfen auf. Ja. Das könnte echt sein. In dieser Folge würde ich gerne A Bud spielen, wenn das für dich in Ordnung ist. Mal schauen, wer mehr Punkte hat zum Schluss. Aber auf welcher Seite die Zeit steht. Okay. Okay, und was geht's? Aber die Musik hiervon. Das ist von zwei Aster-Trumpfen auf, oder? Ja, das stimmt. Das ist, wo sie auf der Insel dann ankommen. Wir sind nun mal beide hier im Arsch der Welt. Und ich bringe dich jetzt noch nicht um, weil du später noch einige Mahlzeiten abgibst falsch genießbar. Aber ich bleibe hier und du verziehst nicht dahin. Und zwar so weit wie es geht. Pass auf, dass wir uns nicht noch mal über den Weg laufen. Wieso bist du heute so freundlich? Akzeptierst du endlich meine Liebe? Oh, ih. Guck mal. Aber die hat noch ganz schön den Hintern, ne? Sieht schön aus. Schön gepixelter Hintern. Nein, ich freue mich, meinen Vater zu sehen. Ach, guck mal. Der Fette und Barrette-Boy sind zusammen. Also, Familie. Du bist und bleibst ein Hohlkopf. Wie kannst du es wagen? Aber weißt du, wie viele Frauen mit Mr. K2? K2! Ja. Das ist von zwei Bärenschlaggetüben. Zwei Bärenschlaggetüben. Das ist K2. Stimmt, das ist auch der mit den Dicken. Ja, das ist der. Der die Rakete. Der die Rakete launcht aus dem U-Boot. Und dann ist... Zwei. Sechs. Fünf. Wo sind wir denn nun? Drücken, drücken! Das ist ne geile Szene. Äh... Ja. Viel Spaß. Warum bist du eigentlich einfach deine Verlobte? Ja, das weiß niemand. Genau, wir haben keine Zeit. Ach, guck mal. Ja, das ist auch Tango und der Boy und K2. Stimmt, das sind einfach alle zusammen. Das sind alle Bosse gerade zusammen. Jetzt los! Los, los, los. Wobei das gar nicht Tango war. Ich hab mir nochmal Tango angeguckt. Tango ist gar nicht der Grauhaarige. In vier Fäusten gegen Rigo ist Tango der mit dem... Der immer so... Äh... Alles klar, Sch... 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 weil ich habe direkt diesen Karibik-Flair. Chef, das sind sie, die Typen vom Set. Halten Sie auf! Glaube ich nicht. Ich verteile Schellen. Schellen! Achso, ich kann ja nicht sprinten, oder? Doch, doch. Boah! Stimmt, ich habe so eine Dash-Attacke auch. Hier, nimm. Es ist so schön, die zu werfen, ey. Dir geht noch mal die Baum-Attacke? Äh, A. Ah, okay. Das verworfen doch einen so einen Balken, ne? Ah, okay. Und vor allem, baum, wie geht die baum-Attacke? Das noch jemand? Eigentlich da, was für eine Kekse rausholt, ne? Du musst sprinten und dann X drücken. Ich kann nur empfehlen, mit RT zu sprinten. Mit RT kann auch Spaß. Ja. Genau, siehst du? Oh, dann kriegst du die einfach aus dem Bildschirm! Alter, das ist geil, ey. Oh, diese Shane, ey. Ja, das war aber geil. Das ist unglaublich geil. Zwei Aster-Trumpfen auf, dann macht er ihr Attacke. Stimmt, ja. Ich weiß es. Aber der macht den auch bei, ähm... Bei... Zwei Pech und Schwefel macht er den auch. Okay, kann man mich bei einer anwerfen? Nee. Doch, guck mal, ja. Oh, Schnauz! Hast du's gesehen? Ja, hab ich gesehen, geil. Okay. Guck mal, ich hab's ihm einfach vor die Füße gelegt. Schnauz! Schnauz! Mach ich nochmal. Dann müssen wir mal Ratschen herholen. So ne Tierhaut, ey. Da könnte man auch das Gleiche sein. Oh, da sind die Hula-Boys. The Girls, mein ich. Wie heißt nochmal der... Drei für zwei sind die. Wie heißt der nochmal der... Boah, ich weiß ja, der Typ. Der Sohn vom Japaner. Ja, ja. Dezent-Rassistin. Oh, da sind die SM-Boys. Die Piratenscheiß. Die Piraten sind die krankesten SM-Boys ever. Die sind so heftig. Ja. Ich bin Käpt'n Soltan und euer Ruhm gehört jetzt... Nein, Ruhm. Da stand definitiv für Ruhm. Ruhm gehört euch. Arrrr! Käpt'n waren wir nicht auf der Suche nach einem Schatz. Genau, lasst uns den Schatz suchen. Arrrr! Hey, Schatz, hier. Wir ernten Bananen. Haha, die ernten nur Bananen. Ja, Käpt'n. Gut gesagt, Käpt'n. Jarrr! Jarrr! Das hab ich auch nicht gehört. Der Rechter hat so richtig geile Kopfhörer auf. Stimmt, es gab auch eine Kopfhörer. Ja, der hat so eine fetten Dinger. Ja. Für ein paar tausend Bohnen. Das wird einen langen Tag. Jetzt suchen wir überall im Dorf und bringen mir den Schatz und auch den ganzen Ruhm. Ruhm. Er sucht nur Ruhm. Da müssen wir reingehen in den Schellenverträgen. Ich weiß auch selbst was schon. Ja, das ist... Ah, nice. Boah, Alter! Die Dash-Attacke ist ja nur geil. Wir rennen jetzt immer zurück und sprinten einfach in die Reihen. Oh! Na? Mein Bier! Hier, nimm mir mal ein Gläschen. Nee, komm ich mir mal schlafen. Geil. Einfach geil. Ah, wo sind sie? Hier. Sieht aus dem Bildschirmfetzen, ey. Du kommst mit Kopfschmerzen wieder. Oh, Boss, Boss, Boss. Der ist oben. Können wir den runter den holen? Das sehen wir gleich. Okay, der wird mit Kokosnussen. Ja. Den kann man aber irgendwie nix machen. Warte, vielleicht kann ich mir ein Bier werfen. Nee. Ja, warte mal, wie machen wir das jetzt? Da kommt es bestimmt einfach unendlich Gegner. Oh, kannst du hoch? Da. Da. Da X. Ah, okay. Wir müssen die Baumstäle wechseln. Ich klatsche jetzt einfach so auf die Gegend. Das ist ein Appel. Das ist ein Appel. Nice, war er weg. Warte, ich helfe dir. Das finde ich so spannend. Ich verteidige dich, du machst das schon. Nice. Okay, jetzt kannst du bestimmt hoch, oder? Nee. Ein Baum? Ein Baum ist auch immer ein X, meine ich. Okay, warte. Ja, da ist auch immer ein. Okay. Ich muss mal ein Bierchen trinken. Du hast halt die Power, ne? Ja, ja, ja. Ich brauche ein bisschen länger für den Baum. Du bist auch kanadischer Holzfäller. Ach stimmt, ja. Kanadischer Holzfäller. Also wie viele Blätterchen da gerade runterdösen. Alter. Tja. Dong, 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 dong. Ey, der Baum hält ganz schön aus. Oh, fuck, ich bin da. Warte. Wirst du jetzt mal kurz entscheiden? Ja, ja, mach, mach, mach. Ich weiß nicht, wie ich den weggele. Ja, egal. Drück mal Y ein paar, wa? Kann ich nicht. Wenn der im Weg ist. Jetzt, jetzt, jetzt. Perfekt, vielen Dank. Ich geh erstmal einen schönen Bier. Ja, ja, ich hol mir erstmal einen Pilz hier. Das peitscht ja einen. Ja. Leider so eine Peitsche im Film. Auch noch ein Bier, oder? Ja. Okay, bin wir ready? Soll ich mal verteidigen? Ja, verteidigen ruhig, ich verprügel den Baum. Bam, 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 bam. Wurst du den Baum, ne? Ja. So. Oh. Wirst du mir beide hauen? Gleich fällt? Ja, ach so. Oh, wir sind so dumm. Weil es dann wackelt. Ja, verstehe. Okay, jetzt gibt es erstmal Schellen. Oh, geil. Dann liegt er direkt. Wie du ihn einfach reibst. Er liegt direkt auf dem Boden. Oh, oh. Oh. Ich kassige. Kein Problem. Ich mach nochmal Sprintattacke. Boah, du bist im Bildschirm gekickt. Das muss schnell verteilen. Ja, okay. Einmal A und dann ist es nicht weg. Ja, warte. Das ist Mama. Das ist Mama. Danke, dass ihr unsere Dorf geredet habt. Ich weiß nicht, warum sie Russisch spricht. Das macht keinen Sinn. Meine Mama immer aus der Schriehe. Oh, ist das Labor. Unulu. 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 Stimmt. Oh, tut mir leid, Anulu. Entschuldige. Soll ich ihn wieder munter machen? Ja, helfen. Helfen. Das war Doppelbanane. Danke. Das ist ein kräftiger Knabe, der verdreckten Buff. Trinkt sie mit Wagen und zeigen wohl Labor. Anulu. Wagen nein, Wagen nein, Mamo. Wagen ja. Wagen ja, Mama. Wagen ja. Wagen ja. Ist der Panzerwagen. Stimmt. Stimmt. Der Panzerwagen. Da ist er. Hier ist der Wagen. Ich spule jetzt mal ein bisschen. Weil Anu, Lulu, Brommel. Ey, das geht doch relativ schnell. 12,45. Ich habe nur 951. Du hast nur fast 1000 Attacken abgefeuert. Aber nicht mal die Hälfte. Doch. Die Hälfte einfach. Krass. Gut. Gute Arbeit, würde ich sagen. Das ist so der, Terrence. Ja. Weiter geht's. Diese Leitern sind endlos lang. Ja. Du kannst runter machen. Ach so. Ich kann das Ende nicht sehen. Ich auch nicht, mein Lieber. Ey, Eike. Das ist voll Mission Impossible gerade. In irgendeinem Bunker. Aber ich weiß nicht, in welchem Film dieser Bunker ist. Ich bin auch verwirrt. Steht auf, ey. Na komm. Ach so, ich habe hier einfach nochmal eine Schelle hier. Komm mal da weiter? Ne, ne? Leiser! Okay. Okay. Okay, man muss wirklich warten, bis die ganz oben sind. Oder? Ja, man muss warten, bis die ganz oben sind. Gibt's nen... Mission Impossible Film von... What? Spencer? Oder so James Bond gar? Also, bei zwei bärenstarke Typen, da haben sie zwar so'n Queue, der ihnen auch Gadgets gibt, aber... Okay, wir müssen wirklich... Wir müssen wirklich... Wenn's ganz oben ist... Wenn's... Jetzt. Wenn's ganz oben ist, dann kommst du durch. Jetzt. Sehr gut. Okay. Oh. Das war ein kleines Bäuerchen. Ja. Das ist so ne richtige... Alter, ist der fett, ey. Okay, ja gut. Ja. Ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Sind wir jetzt ganz zurück? Nein. Oh. Nochmal ganz davon. Das sind doch echte Juden die Gegner. Wir können nix und ihm und sehen. Wir hauen wieder. Warte, warte. Oh. Leben am Limit hier, ey. Ohne Scheiß. Ni, 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 ni. Der grüne, der war einfach. So, jetzt hier müssen wir aufpassen. Der guckt immer. Der guckt immer. Der guckt immer. Direkt zum nächsten. Okay. Oh. Oha. Okay, warte. Pattern angucken. Oh. Weiter, 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 weiter. Der letzte. Wir müssen auf den letzten warten. Nice. Sehr gut. Oh, 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 oh. Wenn der nach ganz oben geht, dann müssen wir. Jetzt. Oh, oh, oh. Alter, das wird ja richtig crazy jetzt hier. Na, sorry. Da war ich ein bisschen zu gierig. Da war ich zu gierig. Ganz von vorne, ne? Doch, ganz von vorne. Boah. Egal, wir schaffen das. Das wird geil. Alter, das wird immer hart jetzt. Das wird geil. Warte, komm. Ähm. Boah. Okay, der grüne, der war einfach. Dann hier hin. Ha. Ah, ja, ich hab's gesehen. Hinterhin. Ich hab's gesehen. Drecksvieche. Ja, passiert. Ich glaub, du warst zu fett. Ich war zu fett, ja. Ich glaub auch, ich war zu fett. Ich hab's gesehen Community. Ja, den grün. Ich hab's gesehen. In der Anmacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020